Das Promi-Geflüster, ihr wisst jetzt, die nächsten Wochen ESC-Geflüster, so nennen wir das Ganze dann im Untertitel. Und das Ganze hat ja seinen Sinn, denn unser Lied für Liverpool, so heißt es am 3. März, da ist der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest, der dann irgendwann im Mai stattfindet, das genaue Datum habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich muss ja nachher gleich mal hier meinen heutigen Gast fragen, vielleicht weiß er es ja. Also erstmal den Vorentscheid, wo dann erstmal 8 Ausgewählte von einer Fachjury gegeneinander antreten. Und zusätzlich kommt noch einer hinzu, der jetzt dann die nächsten Tage oder Anfang Februar ausgewählt wurde bei TikTok. Da haben die TikTok-Fangemeinde sozusagen entschieden. Ich sage jetzt erstmal Hallo heute im Interview Will Church. Grüße dich. Grüße gehen zurück. Ja, eingangs gerade habe ich es gesagt, das große Datum, Wander Grand Prix ist der eigentliche gegen die ganze Nation. Weißt du es da? Nö. Ich glaube so am 12. oder 15. rum irgendwas. Mei, dann soll ich mir frei nehmen. Erstmal auf den dritten dritten sozusagen sich mal konzentrieren und da seine Sache gut machen. Genau, von Spiel zu Spiel denken, so wie die Fußballer. So ist es, ganz genau. Jo, also wie gesagt, die Bandbreite ist glaube ich ganz groß dieses Mal. Die Auswahl bunter geht es gar nicht, wenn man das Ganze so mal durchhört. Und deine Wenigkeit, ich sage jetzt mal, stell dich erstmal ganz kurz vor, was du machst und woher du kommst. Und, boah, das war eigentlich halt einfach mal so grundsätzlich mal einen kleinen Steckbrief sozusagen. Ja, ich bin Will Church. Ich bin nach 20 Jahren, wohne in Berlin und mache schon seit, weiß ich nicht, acht Jahren oder so Musik, schreibe Songs und bring Songs raus. So Singer-Songwriting. Ja, solche Dinge. Solche Dinge. Und dann steht hier gleich natürlich zwischen Ed Sheeran und Coldplay, ich denke mal, das sind große Namen. Und du, mittendrin, wie ist das für dich? Ja, das sind Riesennamen und auch große Idole. Habe ich auch schon viele Lieder gespielt von denen noch auf der Straße so. Also sind, glaube ich, jeden im Begriff, ne? Und ja, fühlt sich natürlich geil an, da so mittendrin erwähnt zu werden und ja, jetzt auch eine große Bühne zu bekommen vielleicht. Ja, ganz genau. Also da drücken wir auf alle Fälle schon mal die Daumen, was da ein bisschen das Ganze natürlich auch vorangeht. Denn der Durchbruch kam bei dir bei The Voice of Germany. Alle vier Coaches haben dich eigentlich sozusagen gewollt und für Nico Santos hast du dich letztendlich sozusagen entschieden, ne? Ja, Durchbruch ist erstmal ein großes Wort, ne? Aber ja, so ein bisschen Aufmerksamkeit gab es auf jeden Fall bei The Voice und genau, da haben, glaube ich, vier für mich gebuzzert, relativ schnell. Ähm, und Santos hat sich umgedreht, der Nico, der Gute, Grüße gehen raus. Und, ähm, ja, war ganz nice. War auch ein alter ESC-Gewinner-Song, den ich gesungen habe. Okay. Und das Ganze war 2019 und dann kam auch dann schlagartig, blöderweise, ja, Gott sei Dank haben wir es jetzt vorbei, die Pandemie damals, ne? Wo alles wieder ein Stück weit ausgebremst hat. Ne, das stimmt nicht ganz. Das war, äh, 21 war ich bei The Voice. Okay. Alles klar. Aber auch da mittendrinne in der blöden Corona-Zeit, ja. Ja, aber deswegen umso besser, wenn wir jetzt wieder alle Freiheiten haben und wieder richtig feiern dürfen. Und ich glaube, das, äh, macht, glaube ich, den Musikern sowieso allen insgesamt am meisten Spaß, dass wir darüber aktiv sein können, ne? Ja, total. Also, das, ich weiß noch, bei The Voice im Studio, da waren auch teilweise noch so Pappaufsteller und so. Das ist, kann man sich gar nicht mehr jetzt vorstellen, dass sowas mal gab. Das ist noch nicht so lange her. Ja, das stimmt, genau. Jo, ähm, wie bist du mit dem ESC sozusagen in Verbindung gekommen oder was sind so deine ersten Berührungen mit dem ESC gewesen? Der ESC war eigentlich immer so ein Wettbewerb, ja. Also, so richtig auf dem Plan hatte ich ihn tatsächlich nach Lena oder während Lena Meier-Landrut. Mhm. Die hat er da auch ordentlich abgeräumt und, ähm, da hat man zum ersten Mal mitbekommen, wie geil das sein kann, wenn man da auch so Erfolg hat oder wenn die da auch mal gewinnen, die Leute, die da hinfahren. Und, ähm, das war, das war ziemlich, ziemlich nice. Und seitdem hat man es immer etwas auf dem Schirm gehabt. Natürlich waren die letzten Jahre ja jetzt nicht so super erfolgreich für Deutschland, ähm, aber trotzdem immer mit viel Interesse verfolgt und auch natürlich die anderen Länder waren ja trotzdem immer geil. Also, man hat es schon echt immer auf dem Schirm gehabt. Mhm. Wie du sagst gerade, ja, so erfolgreich waren wir die letzten Jahre leider nicht. Was macht für dich eigentlich dann so ein ESC-Song aus oder was müsste rein? Das ist, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, wenn das, wenn, wenn das irgendjemand wüsste in Deutschland, dann, äh, werden die letzten Jahre auch besser, upsala, jetzt habe ich hier alles umgekippt, äh, dann werden die letzten Jahre auch ein bisschen besser gewesen, glaube ich. Aber ich glaube, also so aus meiner Erfahrung, ähm, das haben zum Beispiel Michael Schulte und so Duncan Lawrence, ähm, gezeigt, an denen ich mich jetzt auch ein bisschen orientiere eigentlich mit meinem Song, dass tatsächlich ein guter Popsong, also wenn er denn gut ist, einfach auch nicht viel drumrum braucht und so, dass das einfach, ähm, eine Waffe ist. Ein guter Popsong ist einfach ein guter Song und wird da auch gut platziert werden, auch völlig egal, von wo der kommt, glaube ich. Ja, und dann ist es natürlich, denke ich, immer wieder ein bisschen auch die Fangemeinde, die dann hinter einem steht, äh, ich habe eigentlich so die letzten Jahre dann auch immer, äh, das Gefühl gehabt, dass die richtigen Fans, so das Deutsche, die Deutschen gar nicht mehr so, ja, ich weiß gar nicht mehr, so richtig dahinter stehen, ne? Du meinst die deutschen Fans? Ja, also die haben dann doch schon eher immer wieder hier negativ gevotet und gepostet da, gerade jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel, die wollten ja eigentlich ganz was anderes drin haben, ne? Ja, 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 ja. Aber ja, das ist halt auch, wenn du, ähm, ich glaube, das ist ja dieses Jahr auch ähnlich, oder? Also so 50 Prozent so Zuschauervoting und dann wieder, äh, eine Jury und, ähm, also wie genau es abläuft, weiß ich gar nicht. Ähm, aber ja, das ist natürlich 50-50 und, ähm, alle haben da halt so ihre Interessen, ne? Also das, das Publikum weiß mittlerweile auch, die, ich glaube, die sagen sich halt Hauptsache jetzt nicht irgendwie Popmusik hinschicken, ähm, aber ob das halt der richtige Weg ist, weiß ich halt auch nicht. Also irgendwie ist das Gesamtpaket, was hinfährt, muss einfach stimmen. Und ich glaube, da ist es auch zu platt zu sagen, ähm, oh, nicht wieder wie letztes Jahr oder jetzt nicht sowas oder, ähm, jetzt auf Krampf was komplett anderes. Also es muss schon irgendwie, keine Ahnung, es muss schon zusammenpassen. Mhm. Der große Aufruf für dieses Jahr kam ja, glaube ich, so im Herbst vom NDR, wo, äh, also wirklich aufgefordert wurde, reicht uns eure Titel ein, bewerbt euch und, äh, dann kommt jetzt natürlich noch die große TikTok-Fangemeinde hinzu, gell? Ja, 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 also da bin ich zum Glück ein bisschen drum rumgekommen, ähm, dieses, äh, TikTok, ähm, voting. Okay. Ähm, ja, also ich glaube, das war gut, dass, also mein, mein, mein Post hat auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, äh, das hat, glaube ich, geholfen, ähm, dass so der NDR, dass die das halt gesehen haben oder der Eurovision-Komitee gedöhnt. Und, ja, also hat, hat bestimmt ein bisschen geholfen, aber jetzt, jetzt geht's ja, jetzt geht's ja um andere Sachen. Mhm. Ähm, ähm, dein Titel, den du präsentierst, Hold On, um was geht's da so ganz grob in der, ja, Geschichte des Songs? Ja, Hold On ist, also mein Song ist so eine Art Reminder, ähm, also so eine innere irgendwie, dass man, ähm, zusammen stärker ist und dass es völlig okay ist, äh, in, in Krisenzeiten oder wenn's einem selber nicht gut ist, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu suchen und, ähm, ja, sich da gemeinsam irgendwie aus dem Loch zu ziehen. Und, äh, dass es auch völlig okay ist, explizit in dem Song geht's halt um das Anhalten, also für mich aus einer stressigen Phase irgendwie rauskommen. Und, äh, da haben mir halt Freunde und Familie total geholfen, ähm, das irgendwie zu schaffen. Für andere Leute kann's, können's völlig andere Sachen sein, es kann auch Sport sein oder, was weiß ich. Ähm, es ist aber für mich, was halt so die Familie und die, die Freunde, was irgendwie die Inspiration da ausgelöst hat in dem Song. Also so ein bisschen einfach Mut machen, ne? Letztendlich. Ja, voll, voll. Also, und auch wirklich dieses, es ist völlig in Ordnung jetzt, dass man da jetzt nicht gerade alleine rauskommt. So dieses Show me how to hold on, dass irgendwer einem das zeigt, ähm, ja, wo es, wo man, wo man hin soll oder irgendwie. Okay. Wenn man an die Hand nimmt. Hattest du da in dem Fall so eine Phase oder so, äh, Erlebnisse? Jaja, voll. Also, ich hab den Song ja letztes Jahr schon geschrieben und das war einfach, das weiß man gar nicht mehr. Ja, letztes Jahr im Winter, da war noch, äh, Hochzeit-Pandemie. Mhm. Und, äh, da, da ging's mir einfach nicht gut. Ich hab lange nicht live gespielt, ich hab irgendwie keine Motivation gehabt, ne Live-Tour zu planen, eigentlich seit drei Jahren mittlerweile. Ähm, und das sind einfach, und man macht immer weiter. Ich hab ganz viel Songs rausgebracht, hab auch ganz viel Streams bekommen auf Spotify und so. Aber irgendwie löst in einem das nicht so dieses Glücksgefühl aus, wie so ein echter Applaus. Und dann war auch The Voice, dann war da abgespielter Applaus und die Hälfte der Fans war nicht echt und so. Also, es war schon geil, auf der Bühne zu sein, aber ich, was ich brauch, sind so Fans und so, ähm, ja, echte Emotionen. Irgendwie, das hat mir total gefehlt und, äh, da, ja, da hab ich einfach Leute gebraucht, die mich da ein bisschen wieder hochziehen. Mhm. Und jetzt mittlerweile geht's langsam wieder aufwärts, wie gesagt, ähm, wo kann man dich sozusagen antreffen, wo bist du, auf welchen Bühnen zu sehen? Ja, jetzt erstmal, ähm, wie gesagt, ich hab die letzten Jahre jetzt nicht viel geplant mit, mit Live-Touren, war halt ein bisschen schwer. Wir sind grad dran an der Tour, die geplant wird, wahrscheinlich Ende des Jahres, so, ähm, so die Go-To deutschen Städte, so Berlin, Hamburg, Köln, München. So was wollen wir jetzt angehen, im, so, Oktober, November, glaub ich, rum. Aber, ja, das wird zu seiner Zeit noch, äh, dann verkündet. Kommt alles noch, kommt auch jetzt natürlich drauf an, wie, äh, der ESC sich leider entwickeln, ne? Genau. Ja, 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 also soll's zum ESC gehen, dann, dann werden die Clubs ein bisschen eng, glaub ich, die 100er. Ja, dann wird's, wird's schwieriger dann, ganz genau, dann wird's auch vielleicht internationaler, wer weiß, ne? Ja, wer weiß. Was wären denn da so, äh, Ziele von dir, wenn man dich da mal so in, weiterer Zukunft dann sehen kann, sagen wir, fünf Jahre, zehn Jahre, was sind so, wo siehst du dich? Jetzt vom Ort her, oder? Nee, von der, von, äh, karrieremäßig. Ach so, ähm, okay, karrieremäßig seh ich mich in fünf bis zehn Jahren, also hoffentlich noch Musik machen, ne? Das wär, das wär gut. Und, ähm, immer treppchenweise bei mir, ich bin's mittlerweile auch gewöhnt, jetzt nicht in One-Hit-Wonder zu sein, was irgendwie ein Song hat und dann geht's los. Irgendwie, ich baue schon seit acht bis zehn Jahren meine Karriere immer wieder auf und lerne immer dazu. Und in zehn Jahren, wenn's so weiter bergauf geht, dann wär's schon nice, also wär's schon gut. Mhm. Ja, ich denke mal auch, äh, kleine Schritte, das bringt mehr, als wenn man einen ganz großen wagt und dann kann man auch schnell wieder runterfallen, ne? Ganz genau, und viele kleine Schritte sind am Ende auch ein großer. So ist es, ganz genau. Ja, richtig, jetzt lese ich gerade auch noch ein paar Namen, mit denen du auch so zusammenarbeitest, unter anderem auch so von Glasperlenspiel oder Muse Tee und so weiter, ne? Ja, ähm, wie kommt da so die Kooperation zustande? Äh, die Kooperation, die haben sich so ergeben irgendwie im Laufe der Zeit. Also ich hab früher angefangen für Leute Sachen zu schreiben, ähm, also Songs zu schreiben, die wurden dann aber oft nicht genommen vom Künstler. Ich fand die Songs aber gut und hab die dann rausgebracht. Und so ist es halt entstanden, dass ich mit vielen verschiedenen, so, Producern oder, oder DJs, ähm, so zusammengearbeitet hab und wir Songs rausgebracht haben. Die liefen gut und laufen immer besser. Ups. Und so sind dann immer mehr Leute drauf aufmerksam geworden. Und dann, ja, hat man da einen Kontakt, der kennt den, der kennt den. Dann trifft man sich, dann mag man sich und dann macht man einen Song zusammen. Und so entstehen einfach die Kontakte. Also ganz, ganz natürlich irgendwie. Ja, genau, richtig. Und klar, heutzutage in der Zeit von Social Media und natürlich auch Webcams, so wie wir uns jetzt heute auch verbunden haben, ist ja das eigentlich alles gar kein Thema mehr, ne? Kann man irgendwo am anderen Ende der Welt sitzen und man verbindet sich mal ganz kurz. Live is live. Also Stichwort war gerade hier, äh, total einfach sich zu connecten und Technik. Und schon haben wir einen kleinen Hänger gehabt. Aber nichtsdestotrotz, wir knüpfen nahtlos wieder an. Und zwar, du bist ja, so wie ich dich jetzt kennengelernt hab, glaub ich, komplett alleine auf der Bühne. Ähm, wie wirst du dich jetzt beim Vorentscheid präsentieren? Ja, ich bin, genau, ich bin komplett alleine auf der Bühne, sogar ohne Gitarre. Ähm, und ja, wie werde ich mich präsentieren? Ich weiß gar nicht, ob wir dazu schon viel sagen dürfen. Ähm, es gibt aber noch nicht so viel zu sagen. Ich hab jetzt Montag noch ein Meeting, wo nochmal besprochen wird, was wir genau machen. Ich wollte tatsächlich, also ich war völlig unsicher, ich wollte so von Michael Schulte, Duncan Lawrence mäßig so was zurückgenommenes. Bis zu großer Pyro, so Rammstein mäßig, hätte ich mir irgendwie alles vorstellen können. Okay. Und, ähm, ja, ist jetzt, ist jetzt so ein Ding dazwischen geworden. Mehr Storytelling, ähm, mehr auf den Song bezogen. Ähm, aber auch sehr interessant und gab's, glaub ich, so auch noch nicht. Ähm, sind wir mal gespannt, genau. Also, jedenfalls, bei dir ist keine Band mehr dabei, du bist wirklich Solo komplett. Keine Tänzer, brauchst du da auch nicht dazu? Nee, gar nichts. Nee. Die Stimme, die Show. Genau. Und, und später dann, äh, sie brauchen eine Orgage dann entsprechend, ne? Genau. Ja, eben, er solltet den bezahlen. So ist es, so ist es, genau. Ja, ähm, was ist jetzt? Wie gesagt, sonst noch drüber hinaus geplant. Wird's Tonträge geben oder beziehungsweise was ist schon erschienen? Ja, erschienen ist schon eine ganze Menge. Also, ich hab, äh, etliche Songs auf Spotify released, die kann man sich gern mal anhören bei Will Church. Und, äh, das wird auch so weitergehen, da sind weiterhin Releases geplant, nach dem ESC oder nach dem Vorentscheid, je nachdem, wie weit's halt geht. Und ich werd' auch bestimmt Ende des Jahres wieder so an einem Album basteln, ähm, und, ja, einfach gucken, was, was, was mir so, was mir so einfällt. Was für Themen sind's denn dann grundsätzlich, die du da immer so zu Papier und zu, äh, zu Gehör bringst? Boah, die Themen sind komplett unterschiedlich, ne? Also, ich verarbeite auch heute noch teilweise Themen von früher, dass teilweise irgendwie Liebeskummer, ähm, teilweise auch wie schön eine Beziehung ist oder, also halt so, so Liebe ist natürlich immer ein gern, gern geschriebenes Thema, ne, ist ja klar. Aber auch so für mich persönlich, wie so meine Anfänge waren, als ich nach Berlin gezogen bin und, ähm, ja, war auch alles, also auch so Entscheidungsfindung und sowas ist auch voll wichtig. Ich hab' früher auch mal Geschichte und Latein studiert. Okay. Und, äh, da war zum Beispiel auch eine gute Entscheidung, die ich getroffen hab', das dann nicht mehr zu machen. Weil das war, obviously, nichts für mich. Und, ähm, ja, solche, über solche Dinge werd' ich halt so auch weiterhin schreiben, je nachdem, was passiert, ne? Also, weiß ich ja jetzt noch nicht. Aber zu irgendwelchen politischen Themen oder beziehungsweise Themen, äh, die jetzt auch, ja, ein bisschen kritisch sind, das kommt eher nicht vor in deinen Texten. Guter Call, guter Call. Ich weiß gar nicht, wieso das so ist. Ich war früher, als die Zeit eigentlich gar nicht so schlimm war, war ich viel, äh, viel politischer in meinen Texten. Aber nicht unbedingt besser. Ich mein, was weiß ein 18-Jähriger über Politik, so? Ähm, und, also halt damals, ne? Und ich, ich weiß halt nicht. Ich nehme mir irgendwie nicht das Recht raus, jetzt Leuten zu erzählen, wie die Welt so funktioniert. Ich kann halt nur meine Geschichte erzählen und vielleicht, ähm, malt sich daraus jemanden sein eigenes Bild oder seine Meinung. Meinungen sind ja auch unterschiedlich. Und, ja, also, wenn, wenn ich, wenn ich der Meinung bin, ich bin auf einer heißen Spur und muss das jetzt schreiben, dann werd' ich's auch tun. Aber in, in letzter Zeit, die Themen waren ja auch, waren ja auch verrückt. Also, was willst du sagen? Das Krieg nicht cool ist, weiß eh jeder. So, was soll ich da schreiben? Und, äh, Corona war ja auch, war auch schwierig, ne? Da war's so, brauchst du mal. Definitiv, definitiv. Ich mein, wenn man wieder so ein bisschen zurückdenkt, dann grad dann, äh, als der Sieg mit Nicole damals war, ein bisschen Frieden. Ich mein, der ist ja, der Titel ist ja eigentlich zeitgemäßer denn je, ne? Ja, voll. Klar. Aber das wär ja jetzt geklaut. Also, was wär ich, glaub ich, das ist richtig klar. Naja, aber ich mein, nur, ne, so, so, sagen die, dass die sich 40 Jahre lang, oder wie lange das jetzt schon ist, sich so lange durchziehen, ja, muss man erst wieder nachmachen, ne? Und dafür braucht's gute Interpreten, gute, äh, ja, Texte, gute Titel, die hoffentlich dann, äh, auch, dann, äh, international Gehör finden. Da drückt man die Daumen. Ja. Wo kann man jetzt noch ein bisschen mehr über dich erfahren? Wo bist du zu finden? Social Media-mäßig und Homepage etc., ich weiß ja nicht, was es gibt. Ja, ich empfehle auf jeden Fall mein Instagram. Da ist so tagesaktuelle und auch, ja, auch manchmal eher quatschige Sachen, die ich so erlebe, oder mit meinem Hund, oder meiner Freundin, ähm, auf jeden Fall Instagram, Richard, und YouTube mache ich gerade tatsächlich so eine kleine Road-to-Radio-Reihe, die habe ich witzigerweise schon, schon lange vom, äh, vom ESC-Vorentscheid geplant. Und darin geht's eigentlich basically darum, dass ich so euch mitnehme auf eine Reise, äh, einen Song im Radio irgendwie zu, zu platzieren. Und wie das alles so funktioniert und meinen Alltag und meine Vergangenheit und sowas, ähm, ist, glaub ich, ganz spannend. Also, mein YouTube-Channel kann man auch mal auschecken. Und Musik natürlich auf Spotify, Apple Music und so. Sehr gut. Da connecten wir uns, zumindest bei Instagram und YouTube, folge ich dir dann auch. Also, das machen wir dann schon. Und YouTube war ein gutes Stichwort. Wie gesagt, da sind wir ja auch zu sehen, äh, mit dieser Folge. Und zusätzlich, habe ich noch was zusätzliches eingeführt, noch eine Playlist, äh, mit den, äh, Songs zum ESC-Vorentscheid. Also, da könnt ihr gerne mal reinschauen und euch musikalisch schon mal die Songs anhören. Die startet eigentlich, ja, jetzt sozusagen, die ist aktuell, parallel läuft sie. Ich, den Link, den, äh, kommt dann auf unserer Homepage, auf Facebook, könnt ihr überall nachsehen. Dann dürft eigentlich schon mal ein bisschen die Auswahl vielleicht leichter fallen. Genau. Also, dann wünsche ich dir somit ganz, ganz viel Glück für den 3. März. Dankeschön. Und ich hoffe, wir können uns danach wieder irgendwann, irgendwo nochmal weiter unterhalten. Safe. Das machen wir, mein Lieber, ne? Ähm, jetzt darfst du nochmal an deine Fans da draußen, äh, sozusagen dir ein Schlusswort richten. Was müssen sie tun? Ja. Moin, liebe Leute. Mein Name ist Richard. Es war gerade ein schönes Interview. Ähm, guckt es euch an auf jeden Fall. Also, okay, ihr habt es jetzt schon gesehen. Ähm, ihr müsst am 3.3. anrufen, wenn ihr wollt, dass ich nach Liverpool fahre. Ich hätte Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt.